Ich verstehe, dass Sie als Mutter alles für Ihre Tochter tun wollen, aber ich kann leider auch... Ich denke, Sie können etwas tun. Die Mama ist heute nicht zu Hause. Die ist beim Rummiabend. Ich kann da auch ein Wodka bringen. Dann riecht man ja das so. Die Mama ist heute nicht zu Hause. Die Mama ist heute nicht zu Hause. Die Mama ist heute nicht zu Hause. Die Mama ist heute nicht zu Hause.